Hallo zusammen, willkommen zurück zu unserer Dart Flutter App, die aktuell eine Liste aus Superheldennamen beinhaltet und ja, wir können hier, das ist das tolle daran, so lange scrollen wie wir wollen, es werden immer neue Superhelden generiert und das ist schon was sehr besonderes. Wir wollen jetzt allerdings noch mehr machen, dazu haben wir schon letztes mal hier ein Final Dictionary sozusagen uns gebaut, das Herzen enthält, also ob wir etwas geherzt haben oder nicht. Und das wollen wir heute fertig bauen, denn wir haben hier unten ein Listteil und ein Listteil unterstützt natürlich genau das, was wir brauchen, nämlich ein Herzchen zum Beispiel auf der rechten Seite von der App. Das bedeutet, wir können jetzt hier einfach hergehen und sagen wir mal, ja, ein Icon einfügen und das machen wir auf der rechten Seite, das bedeutet, wir haben das Trailing, Trailing wie sozusagen der Trail, also am Ende. Okay, und hier wollen wir ein Icon einfügen und das sieht so aus. Das Icon soll als erstes mal eine, also muss man natürlich erstmal angeben, welches Icon man ganz gerne hätte und das finden wir unter Icons Punkt. Und hier können wir uns aussuchen, was wir gerne hätten. Wir wollen ein Favorite Border haben, es gibt aber natürlich noch sehr, sehr viele andere, also AC Unit zum Beispiel, das wäre das Klimagerät, hier gibt es einen Wecker, aber ihr seht auf der rechten Seite, was das ungefähr ist. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, was das Icon sein soll oder wie es heißt, einfach mal hier durchsuchen und dann findet ihr höchstwahrscheinlich das, was ihr braucht. So, Farbe, die werden wir nachher brauchen, setzen wir erstmal auf Null. Null ist quasi das Nichts, aber das werden wir nachher noch verändern. Auch genau dieses Icon hier oben werden wir noch ändern natürlich, das muss sich ändern von Rot auf Null, beziehungsweise von Null auf Rot. Und wenn wir jetzt irgendwo drauf drücken, lasst uns erstmal kurz angucken, wie das Ganze aussieht, sieht so aus, ja. Und, ja, ist ganz angenehm, aber ich kann nicht drauf drücken, ist ein bisschen doof. Wenn ich jetzt allerdings wo drauf drücke, dann möchte ich natürlich dieses Icon irgendwie verändern können. Das heißt, ich muss mir irgendwie speichern, in diesem Zustand, welche, ja, welche Superheldennamen ich eigentlich schon habe. Und das machen wir in einer separaten Variable. Die nennen wir erstmal Final, ähm, Marked Fav, also Marked Favorites, das ist quasi eine Abkürzung. Und hier sagen wir, okay, Bodenstrich, ähm, Hearted, das ist quasi die, die wir hier, ähm, die alles enthält, was schon jetzt, bevor diese Funktion das erste Mal ausgeführt wird, ähm, eigentlich, ja, geliked hat. Und hier sagen wir, Punkt Contains, naja, was soll sie denn containen? Unseren Superhero Name natürlich, den wir hier als Parameter mitbekommen. Okay, Semikolon nicht vergessen. Und hier sagen wir jetzt, okay, ähm, wenn dieses Marked Favorite eigentlich drin ist, ja, dann wollen wir hier ein anderes Icon haben. Das heißt, ähm, Bodenstrich, Marked Favorite, wenn das wahr ist, also if Marked Favorite, wenn das true ergibt hier, dann soll unser Icon bitte folgendes sein. Nicht, ähm, was, nein, ach du. So, ähm, wenn Bodenstrich Marked Favorite, dann soll es Icons, Icons Punkt Favorite sein. Aber, ja, das können wir so leider nicht, leider nicht richtig machen, deswegen müssen wir hier ein kleines bisschen, ähm, naja, uns das Ganze ein bisschen anders zur Gemüte führen, wenn wir das schon wirklich so knapp machen wollen. Das heißt, was man hier normalerweise macht ist, wenn das hier true ist, dann bitte, Fragezeichen, nutze Icons Punkt Favorite, ansonsten Doppelpunkt, nutze Icons Punkt Favorite Border. Wenn ihr irgendwie Kotlin oder Java programmiert, dann kennt ihr diesen Ausdruck wahrscheinlich, das nennt sich der Ternäre Operator, ist im Endeffekt nichts anderes wie ein if true, dann macht das hier, else macht das hier. Okay, und hier sagen wir jetzt, gut, Color soll bitte, ähm, naja, wie soll denn die Color sein? Wenn Marked Favorite true ist, soll die Color natürlich Colors, groß geschrieben, Colors, hey, Colors Punkt Red sein. Aber, falls es nicht true ist, also, falls es nicht gefavoritet wurde, dann soll das bitte null sein, so wie wir es gerade hatten. Okay, jetzt, wenn wir das hier reloaden, dann sehen wir hier, hm, da hat sich nicht wirklich was gemacht und ich gehe jetzt mal hier nach ganz, ganz oben, wobei das echt viel ist, Dana, genau. So, und ich kann hier immer noch nirgends draufklicken. Das machen wir in einer separaten Variante und zwar mit OnTap. Mit OnTap kann man natürlich verarbeiten, wenn irgendwo draufgeklickt wird und das heißt, wir sagen hier, bei OnTap soll bitte diese Funktion hier ausgeführt werden, die nicht mal einen Namen bekommt, weil sie nur einmal verwendet wird. Und zwar, was wollen wir machen? Wir wollen den Zustand verändern, wir wollen SetState aufrufen. Das ist die Funktion von Flutter, die wir hier brauchen und zwar geht das nur wegen diesem State, wegen dieser State-Klasse hier. Der SuperheroNameGenerator ist die Klasse, die hier als Variable gilt und dadurch haben wir Zugriff auf alles, was uns der SuperheroNameGenerator bereitstellt und das wäre natürlich in diesem Fall das hier, weil der hier nichts wirklich beinhaltet. Und diesen Zustand können wir jetzt hier verändern mit der SetState-Variable. Das heißt, wir sagen hier, ähm, MarktFavorite, wenn das true ist, dann wollen wir was machen? Fragezeichen, ähm, und hier sagen wir, jetzt müssen wir, also, das wäre ja der Fall, um nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, was wir hier gerade tun, wenn wir draufklicken und das Ding schon favorisiert wurde, dann müssen wir es ja jetzt entfernen aus dem Favorisierten, aber das heißt nicht, dass wir hier MarktFavorite einfach, ähm, entfernen sollen, sondern wir sollten zusätzlich noch hier auf die, äh, wo ist es, auf diese HeartHit-Variable zugreifen. Das heißt, wir sagen hier, Bodenstrich HeartHit.Remove. Und was wollen wir removen? Naja, natürlich den SuperheroName. Ansonsten, falls es aber nicht gehartet war vorher, beziehungsweise nicht favorisiert wurde vorher, dann müssen wir es hinzufügen. Das heißt, wir sagen hier Bodenstrich HeartHit.Ad. Und hier sagen wir natürlich auch wieder der SuperheroName soll hier rein. So, perfekt. Und damit haben wir eigentlich alles, was wir hier brauchen. Okay, jetzt hot reloaden wir das Ganze mal und schauen uns mal an, wie das aussieht. So, wir haben hier also offensichtlich das hier und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich hier, bam, es hat sich das tatsächlich gemerkt. Also, ich kann jetzt hier die einzelnen Variablen als Favoriten quasi markieren und ich habe überall so einen Namen dran. Wunderbar. Oh, es gibt sogar Spider-Woman. Wunderbar. Raphael Weger. Keine Ahnung, wo das alles herkommt, fragt mich bitte nicht. Wie gesagt, das ist was, was wir von extern genommen haben, aber es eignet sich super zum das Ganze demonstrieren. Das heißt, ihr habt jetzt hier so ein paar Grundkonzepte gelernt, glaube ich, wie man damit umgehen kann. Ah, apropos, ich wollte euch noch zeigen, was der Divider ist. Dieser Divider ist dieser ein Pixelbreite Strich, den wir hier haben, der eigentlich nicht wirklich fett ist. Und was die Edges sind, das sind genau diese 16 Dinger hier an der Seite, damit wir hier auch mit Edge-Geräten vernünftig funktionieren würden. Oh, du bist immer noch dabei? Dann hast du offensichtlich wirklich Bock auf App-Entwicklung. Und wie wäre es dann, wenn du einen Job in der Richtung finden würdest? Dann habe ich hier eine Webseite für dich, die super gute ist dafür. Und zwar GetInIT. Ich glaube, viele kennen GetInIT jetzt mittlerweile schon und trotzdem, ein paar haben sich vielleicht immer noch nicht angemeldet, weil sie sich vielleicht scheuen, tatsächlich einen neuen Job zu bekommen. Ich kann es euch aber wirklich empfehlen, denn mittlerweile haben wir über 80% Success Rate bei den Leuten, die ihr Profil wirklich ausgefüllt haben. Das heißt, ihr könnt euch einfach registrieren, kostet euch überhaupt nichts. Einfach auf Profil gehen und dort eure Skills oder was auch immer ihr hier eintragen wollt, eintragen. Zum Beispiel Dart können wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut Flutter, dafür vielleicht noch nicht ganz so gut, wie auch immer ihr das vielleicht wollt. Und dann eure Sprachen eintragen, Perspektiven, Studium, Ausbildung, Praxiserfahrung etc. und so weiter und so fort. Und dann melden sich die Firmen bei euch und laden euch ganz gerne auch mal zu einem Jobinterview ein. Und ich habe wirklich schon viele Leute gehört, die hier einen Job gefunden haben. Deswegen freut es mich wirklich sehr. Und ja, damit war es das von meiner Seite auch wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Bewerbung und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.